Teil der Challenge Ist mir egal, machst du nicht mehr Toll, bist du... Aller vor ging's Doppelsprung Ja, Liam, komm, mach das jetzt mal Nein, nach links musst du drauf, ja Gut Schau mal, ich kann auch meine eigene Map Ja, das scheint ja nicht, Mann Sonst hättest du ja nicht schon Zeit-Challenges aufgegeben Ich kann nur meine eigene Map Aber es ist schön, dass Start und Ziel Es war doch die Stasi, die sich das hier alles angekuckt hat Boah, ich hab so Hunger, Mann Ich hab voll die Kopfschmerzen Irgendwie hab ich auch was leckeres Auf so'n... McDonalds-Menü Am besten auf so richtig fette Portionen Pommes Riecht schön salzig Riecht schön die letzte Flüssigkeit in sich Es war wirklich die Genius-Idea am Abend, Mann Es muss mal wieder gemacht werden Das war einfach feierlich Das war aber echt witzig, ja Mega witzig, Mann Eskalativ und hätten wir diese schwule Scheiße da mit dem Lehrer einfach gelassen, Alter Es wird der einfach aufs Nerven gegangen Wirklich, das ist so unwitzig einfach nur Ja, was habt ihr denn gemacht? Ich kann sein... wir können ja seinen Namen nicht sagen Also nicht, dass ihr... bitte sagt seinen Namen nicht Aber dieser eine Musiklehrer, den hier Louis und, keine Ahnung, Jonas und so hatten Pissbart Nein Bitte benutzt Ach! Der auch Bio macht Ach so, der... Und dann noch bei Mathelehrer hier, ne Der hat irgendwie Geburtstag, ey, und dann wollten die nur irgendeine Karte Da hat die Jonas extra so eine schwule Karte mitgebracht oder so Und dann drauf irgendwann reingeschalten Möchtegern randommäßige Scheiße reingeschrieben haben Und dann sind wir extra bis zu Mecke, also weil der da bei Meckes wohnt, hingelaufen Junge, wir sind an dem Abend eh voll random gelaufen, Alter, wir waren zuerst In der Mühle, ne? Ach toll, da waren wir 13 Dann waren wir bei Meckes Also wir sind zurück zur Mühle Ne? Dann waren wir irgendwie wieder bei Meckes Alter, wir sind durch die ganze Stadt gearzt, man 30 Stunden lang, ey So Und wir waren im Club Stimmt, wir waren auch noch im Club Haha, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, ey Wir waren auch im Club Das war random Ähm Ähm So echt, es war wieder Abend Oh, Junge, ich hab Hunger Jetzt mach doch mal Winde So, Jermaine fragt jetzt, ob das jetzt steht oder nicht Alessandro, hat wohl keinen Bock, keine Zeit oder sowas Und wie sieht's bei dir aus, weil dann, damit ich ihm jetzt schreibe, ob das jetzt, das ist oder nicht Also wenn's, äh, also, Jermaine will, der wohnt ja ein bisschen weiter weg Der will wohl auch Auto fahren und der könnte uns auch mitnehmen, also Okay Ich mag Jermaine aber nicht Wieso nicht? Der Tunde ist Was? Ey, es gibt keinen, der Jermaine nicht mag Ist echt so, das ist wie ein Till Ja, aber Till mag ich auch nicht, Mann Und den kenn ich auch schon fast seit meiner Geburt Was? Du magst Till nicht, ey, was droppst du denn hier gerade mein? Was erzählst du uns denn hier? Lügner Ja, Till kenn ich auch schon so ewig, Alter, der war so ein Opfer damals, ey Ja, mit seiner geilen Frisur, Junge Boa, Junge, damals Fahrtfinder mit ihm war ja schon Premium Schöne Grusante Hä? Achso So, ja, ich hab aber der Jermaine schon zugesagt, dass grad beim extra ein paar Donuts drehen Hä? Hab ich auch Bock drauf Zumindest hab ich grad vorhin schon gedacht, aber Johan hat leider das Auto genommen Dann hätt ich das auch mal gefragt Hab ich denn jetzt mal gewehrt? Hab ich denn jetzt mal gewehrt? Weil sie brauchen, wo Jermaine jetzt grad ist oder sowas, aber wenn kannst du dir überlegen Ja Wir sei jetzt gleich zurückschreit oder sowas, weil ich würde, ich hab auch auf jeden Fall noch und ich hab auch noch kein Amorot gegessen Also ich würde wahrscheinlich, ja, hier was essen Ja, ich hab eh was zu essen, Mann Alter, mal was gemacht, ey Junge, ich hab hier so nicht vorhin auf den Nippeln nicht, ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Alter Ihr seid so schlecht einfach nur, Mann, wirklich Ich kann nicht Ich würde sagen, wir beenden hier mal die Aufnahmen, sonst sieht sich das zu sehr Ich müsste nämlich das auch noch, es braucht ja wieder 15 Minuten um abzuspeichern und sowas und so. Das ist jetzt mein letzter Try ansonsten. Ja, okay. Ist mir jetzt auch scheißegal. Ja, ich bin der King für Minecraft. Seid ihr alles schwuchteln, fickt euch, abonniert, live oder dreckig. Okay. So, Sanlu, ist das auch dein letzter Try, oder? Ja. Gut. So, Sanlu, scheißen Nagatschock. Jo. Natürlich jetzt ganz schön christlich von dir. Ja, brauchen wir noch ein richtig geiles Thumbnail. Ja. Leben kann selber eins machen. Von dieser Kulisse. Ja, stimmt. Das kommt, ey. Ja, nehm ich einfach irgendein, ja. Ach, Junge, ey. Ich muss jetzt erstmal was essen und trinken, ey. Nur mein Kopf, ey, der haut mir da richtig weg. Ja. So, ich nehm jetzt nicht mehr auf.